Lebensbedrohlich, Oliver Pocher sauer über milde Fettcomedy-Strafe.Kürzlich gewann Oliver Pocher, 46, den Prozess gegen Fettcomedy, 24, der ihm ins Gesicht geschlagen hatte. Doch die Strafe ist mild, Pocher ziemlich sauer Ausrufezeichen.März 2022, bei einem Box-Event verpasste der Comedian-Fettcomedy Oliver Pocher eine Ohrfeige und ließ den Angriff filmen. Oliver Pocher habe die Situation als lebensbedrohlich empfunden, erklärte er später. Zwei Jahre nach dem Vorfall wurde nun ein Urteil zugunsten Pochers gesprochen, sein Peiniger muss eine Geldstrafe zahlen. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung werden 120 Tagessätze a 15 Euro fällig. In seinem Podcast mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölten, 41, die Pochers, frisch recycelt macht Pocher seinem Ärger über das niedrige Strafmaß Luft. Pocher pöbelt, bei einer Folge, Barbara Saläsch geht es fast ernsthafter zu als das, was da stattgefunden hat. Punkt Oliver Pocher, er fühlt sich ungerecht behandelt. Punkt für Oliver Pocher ist das Ergebnis der Verhandlungen nicht zufriedenstellend. Das Gericht hatte eine Chance, ein Zeichen zu setzen, ob man mich mag oder nicht, inwieweit man eine Person in der Öffentlichkeit ohrfeigen darf, so der 46-Jährige. Pocher ist sich außerdem sicher, dass die Entschuldigung von Fat Comedy nicht von ihm, sondern von seinem Anwalt geschrieben worden sei. Auch bezüglich seines Gehaltes bezichtigt Pocher seinen Peiniger der Lüge. Fat Comedy soll für Drei-Box-Kämpfe nach eigenen Angaben nur 500 Euro bekommen. Das alles sorgt bei Oliver Pocher für Enttäuschung und Kopfschütteln.Oliver Pocher, Fat Comedy Selfie Anfrage In seinem Podcast verrät Pocher außerdem, dass Fat Comedy direkt nach dem Prozess noch einmal mit ihm sprechen wollte. Der Grund, 30 Sekunden nach dem Urteil wollte er ein Selfie mit mir machen, er chauffierte sich der Gewinner der Verhandlung. Für Pocher sei das an dieser Stelle ein falsches Signalpunkt Amira Pocher, das sagt sie zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus. Doch nicht nur Fans und Follower der Moderatorin wollen nun endlich wissen, wie es zwischen ihr und Christian Düren weitergeht. Im Podcast-Gespräch mit ihrem Bruder Hima sprach auch er sie am Ende einer Folge darauf an. Zuvor hatten die beiden über Himas ewigen Junggesellenstatus gesprochen. Ein super Aufhänger für ihn, denn so konnte er ganz ungeniert fragen, zum Schluss noch, in einem Satz, weil du jetzt gerade sagst Junggeselle. Wie ist gerade bei dir so der Stand? Doch er hat Pech, denn Amira ist so gar nicht in, aus plauder Laune. Danke, ich gebe keine Interviews. Tschüss, schließt sie und beendet damit das Thema, und den Podcast. Darauf ist nur noch ein überraschtes Hebas. Von Hima zu hören. Wann wir also in Zukunft wieder etwas von Amira und Christian zu sehen bekommen, steht in den Sternen. Ausgeschlossen, dass da noch was kommt, ist es aber mit Sicherheit nicht.